Also, mein Name ist Patrick Fialkowski von Vogelfrei Solutions. Ich mache Suchmaschinenoptimierung und Webdesign und bin seit fast vier Jahren Selbstständig. Ich habe mich für die Mastermind entschieden. Weil ich der Meinung war, dass Luca mir ganz viel emotional, gefühlstechnisch, vor allem vom Mindset noch weiterhelfen kann. Und deswegen wollte ich das einfach mal mitmachen. Und genau wegen solchen Erlebnissen diese Motivation zu tanken und einfach das nächste Level zu bekommen. Mindset-technisch konnte ich so viel mitnehmen. Ich habe gemerkt, dass jeder sein eigenes Päckchen hat, das er lösen muss. Und erst wenn man diese Päckchen löst, kann man sagen, okay, ich kann jetzt auf die nächste Stufe, ich kann jetzt die nächsten Ziele erreichen. Ein expliziter Vorteil ist natürlich schwierig, weil man sehr, sehr viel gelernt hat hier. Aber ich würde einfach sagen, dass ich gemerkt habe, dass ich dankbar sein darf für das, was ich hier machen darf. Und dankbar für jede Situation sein sollte und für jeden noch so kleinen Erfolg. Definitiv. Ich würde es auch jedem empfehlen, der auf einem guten Niveau ist, mit guten Umsätzen, würde ich einfach empfehlen, das zu machen, weil das bringt euch auf die nächste Stufe, auf das nächste Level. Meine Zahlen vor Duro Consulting waren im kleinen fünfstelligen Bereich. Und seit Duro Consulting, seit der Mastermind, bin ich seit jedem Monat im sechsstelligen Bereich. Im Februar sind es schon weit mehr als 200.000 Euro Umsatz. Wenn du mir gerade zuschaust, würde ich dir einfach raten, mal den Kontakt zu Luca zu suchen. Lass dich beraten, du wirst selber merken von seiner Power, seiner Energie und seiner Expertise, wirst du selber merken, dass du das brauchst, um das nächste Level zu erreichen. Ein Must-Have für jeden Unternehmer. Duro Consulting. Und da du wirst selber. Duro sistemat, du wirst selber. Vielen Dank.